Sag mir mal bitte, warum Claudia Gavlas so erfolgreich ist. DJ Claudia Gavlas ist erfolgreich, weil sie eine einzigartige musikalische Vision und einen unverwechselbaren Stil hat. Sie kombiniert verschiedene Musikgenres und schafft es, eine besondere Atmosphäre zu kreieren, die das Publikum fesselt. Ihre Sets sind bekannt dafür, dass sie eine Mischung aus Energie und Emotion bieten, die sowohl zum Tanzen anregt, als auch tief berührt. Außerdem hat sie eine starke Präsenz in der Musikszene aufgebaut, indem sie auf renommierten Festivals und in bekannten Clubs auftritt. Ihre Fähigkeit, das Publikum zu belesen und auf dessen Energie einzugehen, macht ihre Auftritte zu unvergesslichen Erlebnissen. Hast du ihre Musik schon einmal gehört oder warst du vielleicht sogar auf einem ihrer Auftritte? Selbstverständlich. Das ist ein guter Pressetext, kann ich den bitte haben. Geil, oder? Ja. Aber ist das richtig, dass du nach deinem Abschluss dann quasi, also von der Schule, dass du dann direkt in die USA gingst? Das war für mich so ein... Wie war das? Was war die Idee? Das war ein Cut für mich im Leben, wo ich einfach wirklich von dieser Maschinerie, von diesem System, wo ich drin war, Schule, Karriere im Hotel. Ich wollte da ausbrechen und das war einfach die einzige Möglichkeit. Ich wollte zuerst nach Australien. Das war meinen Eltern zu weit. Und dann habe ich mich entschieden für die USA, einfach um meine Sprachkenntnisse aufzubessern. Das ist ja gleich um die Ecke. Mir ging es tatsächlich darum, dass ich einfach mal ein Jahr für mich habe, zu entscheiden, was ich in Zukunft machen möchte. Und gleichzeitig aber auch die Sprache einfach verbessern im Englischen, weil einfach Englisch ganz klar war, dass das die Sprache der Zukunft sein wird. Und wenn du das kannst, dann stehen dir viele Türen offen.